Das Land, in dem wir leben wollen, soll anders sein. Das Land, in dem wir leben wollen, soll auch anders sein. Durch einen verbindlichen Fahrplan für den Kohleausstieg, durch Ausstieg aus fossilen Energien bis 2030, durch des ostenschonende Produktion und nachhaltigen Konsum, ohne Waffenexporte, durch den Einsatz für globale Klimagerechtigkeit. In unserem Land haben auch Menschen, die gegen Klimawandel fliegen, leider recht. Unser Planet gehört nicht der Kohlelobby und nicht der Autoindustrie, nicht der Atomlobby und nicht dem Wirtschaftswachstum. Keiner globalen Wohlstandselite und nicht Idioten wie Trump. Diese Erde gehört nicht der Industriegesellschaft und nicht dem Wachstumszwang. Nicht Kohle, Erdöl und Atom sind unsere Zukunft, sondern wir, unsere Solidarität und unser Widerstand. Wir reden mit über die Zukunft der Welt. Diese Welt gehört uns.